Polizeiberichte Berlin 16. Oktober 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert durch Mariendorf gerast. Nummer 1988 Einsatzkräfte des Abschnitts 44 nahmen heute früh in Mariendorf einen 27-Jährigen fest, der deutlich zu schnell mit einem Renault Laguna unterwegs war. Der Mann fiel der Besatzung eines Funkwagens gegen 3.45 Uhr auf Höhe der Kurfürstenstraße auf, wo er den Mariendorfer Damm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in südlicher Fahrtrichtung befuhr. An der Kreuzung mit der Straße Altmariendorf entschloss sie sich, den PKW mit dem 27-Jährigen zu kontrollieren. Dieser wendete daraufhin sein Fahrzeug in nördliche Richtung und bog auf die Straße Altmariendorf Richtung Rathausstraße ab. Als die Beamten das Anhaltesignal Stoppolizei anschalteten, entfernte sich der Mann unter Nutzung mehrerer Fahrstreifen in rasanter Fahrweise in westlicher Richtung, bog unter Missachtung einer roten Ampel in nördlicher Fahrtrichtung in die Rathausstraße ein und setzte seine schnelle Fahrt bis zur Kreuzung Rathausstraße Ecke Königstraße fort, wo er mit seinem Wagen auf den Gehweg fuhr und zu Fuß flüchtete. Die ihm folgenden Beamten konnten den Mann nur wenige Meter entfernt festnehmen. Währenddessen bemerkten sie, dass das Fahrzeug des Flüchtigen im Motorraum qualmte und Flammen fing. Die hinzu alarmierte Feuerwehr konnte das Fahrzeug schließlich löschen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, einen Wert von etwa 0,4 Promille. Er wurde zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und dann von dort entlassen. Das Fahrzeug, das kürzlich stillgelegt wurde und dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren, wurde beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie wegen Urkundenfälschung. Die noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd. Bericht, Polizeikontrolle entzogen und verunfallt. Nummer 1989 Ein Motorradfahrer, der sich gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in Halensee entzog, kollidierte bei seiner Flucht mit dem Auto einer 46-Jährigen. Der Zugkontrolllieheende war gegen 12.40 Uhr auf der Stadtautobahn in Richtung Süden unterwegs, als die Besatzung eines Fangstreifenwagens auf ihn aufmerksam wurde. Der anschließenden Aufforderung, ihr zu folgen, kam der Mann zunächst nach, verließ die Autobahn über die Ausfahrt Halensee und fand sich kurz darauf auf dem rechten Fahrstreifen der Halensee Straße, in Fahrtrichtung Rathenauplatz, wieder. Dort bremste er sein Zweirad ab, beschleunigte dann jedoch stark und versuchte, über einen Mittelstreifendurchbruch der Halensee Straße zu flüchten. Bei diesem Manöver stieß der Kradfahrer mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen und erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und dem rechten Bein. Während die unter Schock stehende 46-jährige Autofahrerin eine ärztliche Behandlung ablehnte, wurde der nun mehr als 35-Jähriger identifizierte mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu seiner Person ergaben, dass der Mitreißiger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter dem Einfluss berausche in der Mittel unterwegs gewesen war. Die noch andauernden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, übernommen hat, dauern an. Bericht Taschendiebin festgenommen Nummer 1990 Die Beobachtungen eines aufmerksamen Mannes mündeten gestern Abend in Mitte in der Festnahme einer Taschendiebin. Gegen 18.30 Uhr hatte der 52-Jährige eine ältere Dame registriert, die einen Zug der Linie U5 am Bahnhof unter den Linden betrat. Dabei wurde sie von einer deutlich jüngeren Frau gestützt. Was zunächst vertraut auf ihn wirkte, wurde dann ungewöhnlich, als die Jüngere, von der Älteren unbemerkt, während der Fahrt in deren Handtasche griff und ein Portemonnaie entwendete. Vom Zeugen auf die Situation angesprochen, ließ die Tatverdächtige das Diebesgut fallen und konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei, am U-Bahnhof Rotes Rathaus, vom 52-Jährigen und weiteren Fahrgästen festgehalten werden. Dort wurde die 34-Jährige vorläufig festgenommen und anschließend einem Polizeigewahrsam zugeführt, den sie mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Die bestohlene 79-Jährige erhielt ihre Geldbörse wieder und konnte ihren Weg unversehrt fortsetzten. Bericht, Tankstelle überfallen Nummer 1991 Ein Unbekannter hat gestern Abend einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Marzahn überfallen. Der Tatverdächtige betrat die Tankstelle gegen 20.50 Uhr und gab vor, ein Getränk zu kaufen. Als der 43-Jährige Kassierer ihm Wechselgeld aus der Kasse geben wollte, zog der Mann mit einer Hand ein Messer und griff mit der anderen Hand in die Kasse. Als der Mitarbeiter versuchte, die Kasse zuzuschlagen, soll der Angreifer mehrmals intensive Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben, denen der Angestellte ausweichen konnte. Anschließend flüchtete der Räuber mit Beute in unbekannte Richtung. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Direktion 3, Ost. Bericht, Fahrradfahrerin schwer verletzt Nummer 1992 Bei einem Verkehrsunfall in Britz wurde eine 59-jährige Radfahrerin gestern Nachmittag durch die Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge verließ der 40 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio die BAP 100 gegen 14.30 Uhr in östlicher Fahrtrichtung an der Abfahrt Britzerdamm An der durch Ampeln geregelten Kreuz um Britzerdamm-Wederstraße fuhr der Mann, die auf dem Radweg am Britzerdamm in Richtung Buko radelnte und von links kommende Frau an, die sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Arm, Bein, Kopf und Rumpf zuzog und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu der Frage, wer von beiden grün und wer rot hatte, gibt es gegensätzliche Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5, City, übernommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang